soo Willkommen zu ner Runde Minecraft Smash mit dem Das Kuhn und bis jetzt sind wir alleine, dass wir nicht... ähm ganz gut nö du hast nicht dein Skin nö 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 jetzt sind wir zu dritt, oder? ja, hat heute jemand Fremdes uns beigetreten, der hat auch einen Skin die 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 Welt ist es meiner die 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 achten Scheiße und ja nicht mehr Prozent das noch zu spüren mit den Kampfsweiten mit dem Schaden ich denke ihr könnt mein Kurs Mensch glaub ich aber ich muss mitmachen mitmachen will nicht weglaufen um hallo hallo in Ordnung alle auf das k k auch es ist Mensch Menschenskinder Ich brauche ein Item, brauche ein Item, brauche ein Item. Ich brauche ein Item. Ich brauche ein Item. Au, nein. Boah. Erschreckt mich doch nicht so. Boah. Da vorne ist ein Item, glaube ich. Oder auch nicht. Ja. Jetzt kannst du sterben. Ah. Was? Ne. Nein. Nein. Ah. Scheiße. Na toll. Ja, der macht schon gleich ist mein Buch. Ich muss, ich muss, was ich nicht sein. Schottburg. Wieder normaler. Ja, wir haben gerade eine Runde schon gespielt und da habe ich nur normale Bögen bekommen. Krass. Was ist das? Ne. Wo bin ich nicht? Ja, wo sind die andere nicht ziehen? Oh Gott. Nein. Wichser. Habe ich schon erwähnt, dass ich in Smash-Scheiße bin? Cool. Ich bin letzter. Ja. Okay. Ich habe immer Angst, dass die Platte hinter mir stehen und dann die mich einfach umbringen. Nein. Nein. Die Feuerblume will ich. Fick dich, Mann. Geh weg. Geh weg. Ja, genau. Alle auf mich, ne? Oh. Brenne. 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 Stammt. Lolln. Oh Mann, die ist leer. Hallo? Hallo, ich will die nicht mehr. Danke. Eine Granate. Geil. Wo sind sie jetzt hin? Ich habe Angst, weil ich nur noch ein Leben habe und die anderen zwei. Da oben. Ich puste dich. Nein. Ah, das ist auch fast tot. Nein. Oh. Hilfe, Hilfe. Ich will das nicht. Wow. Boah. Boah. Ich habe mich gerade voll Schrocken. Krass, Mann. Krass. Schon 48. Danke. Ich brauche Items. 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 Ich bin dafür, dass wir alle vor dann Jens, vor dann Jens, vor dann Jens, bis zu was zu essen. Ich brauche Items. Ich brauche Es ist ein bisschen dimensionieren. Kommt in die Ecke. Kommt um die Ecke. Nein. Bizza. Bizza. Bomben. Prozent Uhr und da kommt schon der Nächste was in der US-Pokotentätig und nein um morgen Scheiße, gleich das erste Mal verloren. Also, die erste Runde, was wir aufgenommen haben. Nein, 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 nein. Ja, das war scheiße. Warte, ich drehe mal ein bisschen lauter. Gleich für die nächste Runde, weil ich glaube, ich hänge noch eine Runde dran. Ähm, das ist, ich habe Neues auf Neuprogramm. Die Story, und so, und sorry, falls der Ton so scheiße ist. Aber ich will jetzt die Runde nicht beenden, weil ich wissen will, ups, wer jetzt gewinnt, der mal betrachtet, wie mein wunderschönes Kind. Ja, ich glaube, ich mache mal den nicht nur, der sieht scheiße aus. Ah, boah, hat jetzt... Ohne Scheiße, das hast du gewohnt. Krass. Naja, gut, das war eben die erste Runde. Okay, hier ist die wirkliche Runde. Unsere wirkliche Runde. 2 von 4, ich hoffe, es kommt keiner mehr, weil ich will immer allein mit Mann-Tast spielen. Oh, komm her. Oh, cool. Ah, Entschuldigung, ich wollte den nicht zu neu trinken. Okay, ich bin alleine. Ah, Arena. Oh, 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 der spielt. Ich bin besiegbar. Ah. Komm, tritt darauf. Oh, oh. Oh. Ha, 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 ha. Keil. Der muss unbedingt jetzt ein Highlight-Video rein. Ja, ich habe vor dem nächsten Mal ein Highlight-Video. Nein, ich habe schon ein paar Videos und aber bestimmt ein paar Highlights dabei. Nein, nicht die Granate. Hals, Maul. Nein, nein, nein. Boah. Oh. Shotbow. Hm. Hallo, vorsichtig. Beschieß dich gerade. Oh, Gott. Was macht das? Hm, muss ich das verstehen? Okay, also, das war's mit Minecraft Smash 4 heute. Lass die Bewertung da. Nee, nee, ne, nee, nicht echt. Das ist mir egal. Und ich weiß jetzt, was passiert ist. Erst vom Surfer gefallen. Yay. Zum zweiten Mal. Der Titel wird sein Aus dem Surfer gefallen Vom Minecraft-Welt abgeschnitten Und sonstiges Okay Das war jetzt komisch Und wir sehen uns dann nächstes Mal wieder Bei Minecraft Smash oder einem weiteren Minigame Tschüss